Hiscox ist ein außergewöhnlicher Spezialversicherer, der die Start-up-Mentalität niemals verloren hat. Wir sind sehr stark geprägt von Robert Hiscox. Der hat das Unternehmen von seinem Vater übernommen und hat Hiscox in den letzten 30 Jahren groß gemacht. Hiscox hat die Ursprünge als kleiner Spezialanbieter aus dem London-Markt. Wir sind der Spezialisierung treu geblieben. Das machen wir nach wie vor, dass wir uns Nischen aussuchen, wo wir wirklich in Mehrwerte bringen können. Und die dann aber auch voll besetzen wollen. Die Strategie hat sich nie geändert, aber wir sind heute auch international in den USA, in Asien, der Mooder, in UK und in vielen Ländern in Europa unterwegs.